Hi, ich bin Heidrun und ich heiße dich herzlich willkommen in meiner spirituellen Welt. Heute mal wieder eine Frage, die mir schon öfter aus der Community gestellt wurde und die ich auch von früher aus meinen Beratungen recht gut kenne. Nämlich, was tun, wenn die Dualseele sehr viel älter oder jünger ist als man selber? Und tatsächlich ist es gar nicht so selten, dass es vorkommt, dass dort ein massiver Altersunterschied vorherrscht. Und wenn ich von einem massiven Altersunterschied spreche, dann meine ich jetzt nicht 5 oder 10 Jahre, sondern tatsächlich 30, 35 oder 40 oder sogar noch mehr Jahre. Und ja, das kann tatsächlich vorkommen und das stützt ja auch ein bisschen die These, dass eben die Dualseelen nicht zwangsläufig sich treffen, weil sie als Paar zusammenkommen sollen. Was natürlich auch kein Hinderungsgrund sein muss, denn wie wir ja wissen, ist Liebe eben ja auch alterslos. Und es ist aber trotzdem eine große Herausforderung, wenn man plötzlich so einem Menschen gegenübersteht und man erkennt, wow, da ist eine ganz besondere Liebe, aber es könnte zum Beispiel dein Großvater sein oder du könntest die Großmutter dieses Menschen sein. Und das ist eben etwas, was viele Menschen dann in dem Moment erstmal natürlich komplett überfordert, weil sie sagen, ja bitte, wie soll denn das jetzt funktionieren oder was sollen wir denn jetzt machen? Und daran zeigt sich aber eben, worum es bei diesem Dualseelen-Thema oder auf diesem Weg eben wirklich geht. Nämlich letztendlich die Liebe zu erkennen und sie auch anzunehmen, egal in welcher Form auch immer sie sich dir zeigt. Und wenn es so ist, dass deine Dualseele einen ganz, ganz großen Altersunterschied zu dir hat, egal jetzt in welche Richtung, und es deswegen eben nicht möglich scheint, dass ihr ein Paar werdet, ja dann ist das einfach auch nicht angedacht. Und was du dann tun kannst, ist natürlich als allererstes das erstmal annehmen. Annehmen, dass das so ist, respektieren, dass das so ist und schauen, aber was darf ich denn daraus lernen? Warum ist das so, dass wir uns verabredet haben, uns in diesem Leben zu treffen, aber eben nicht in einer Konstellation, die eine lebbare Liebe darstellt? Nochmal, Liebe ist alterslos und es ist immer die eigene Entscheidung, ob man sagt, dass man sich auf einen Menschen einlässt, der eben sehr viel älter oder sehr viel jünger ist. Das ist kein Hinderungsgrund. Aber für viele ist es dann eben so, die davon betroffen sind, dass sie das zuerst einfach sehr verwirrt und dass sie das dann vielleicht auch nicht möchten. Und dann ist, wie gesagt, der erste Schritt erstmal die Akzeptanz. Annehmen, dass es so ist. Und dann im zweiten Schritt aber auch zu gucken, ja, aber was möchte mir diese Liebe denn sagen? Warum treffe ich denn auf diesen Menschen? Denn es kann natürlich sein, dass dadurch auch dieser Aspekt der großen körperlichen Anziehung nicht ganz so stattfindet, wie er bei einem Paar ist, das in einem ähnlichen Alter ist. Auch das muss nicht sein. Es ist einfach alles so individuell. Aber es ist eben dann oft der Fall. Und da zeigt sich eben wieder, es geht um die Liebe. Es geht um die Akzeptanz, die Liebe so anzunehmen, wie sie sich dir zeigt. In allen Formen. Es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel davon sprechen, dass sie Seelentiere haben. Und auch meine Emmi, die hier gerade sehr unruhig ist, weil draußen so viel gebaut wird, ist ein Seelenhund von mir. Sie ist nicht meine Dualseele. Aber ich habe auch das schon gehört, dass Menschen gesagt haben, dass sie in ihrem Tier ihre Dualseele gefunden haben. Oder in einem Elternteil. Also das heißt, es ist einfach sehr, sehr viel möglich. Und es geht doch einfach darum, die Liebe zu entdecken und die Liebe in allen Facetten zuzulassen und zu leben. Und genau deswegen kommt ja auch die Dualseele in dein Leben, um dir zu zeigen, dass du beim Thema Liebe Blockaden hast. Dass da etwas geheilt werden möchte. Dass du dein Herz wirklich öffnen darfst und dass du es bisher nicht hundertprozentig getan hast. Und dieser Weg wird ja angestoßen durch diese Begegnung. Und ja, es ist vielleicht ein Stück weit leichter, wenn das jemand ist, den du auch als deinen Partner oder deine Partnerin in Betracht ziehen könntest. Und wo du einfach dann sehr schnell auf diesen Weg gestoßen wirst, weil ja eben durch die Dinge, die passieren, einfach du keine andere Chance mehr hast, als deine Themen anzuschauen. Aber auch wenn es einen Altersunterschied geben sollte, der gravierend ist, wirst du dennoch durch diese Begegnung auf deinen Kern zurückgeworfen. Du wirst mit genau den Themen konfrontiert, die dich betreffen und die für dich wichtig sind, sie durch diese Begegnung zu lösen und zu heilen. Und deswegen geht es eben wirklich nur über Akzeptanz und dann eben auch über eine Selbstreflexion zu gucken. Ja, und was möchte mir das jetzt zeigen? Und es ist ja auch möglich, mit dieser Person vielleicht eine andere Art von Bindung aufzubauen. Oft ist es ja eben auch so, dass diese Paare überhaupt nicht ihr Leben miteinander verbringen, sondern eben immer nur zeitweise zusammentreffen und dann wieder getrennt werden. Und so kann es eben auch hier sein. Es ist aber eben auch möglich, dass ihr zusammentrefft und dass dort eine andere Art von Bindung stattfindet, die eben deswegen ja auch nicht weniger schlecht sein muss. Das ist ja dieses, wir geben dem Ganzen immer gerne einen Stempel. Ja, es muss immer irgendwie ein Label drauf sein, damit wir es in eine Kategorie einordnen können. Das ist das etwas, was mich in meinem Leben schon immer gestört hat, weil auch mich wollte man immer gerne in Schubladen packen und ich lasse mich aber einfach nicht in eine Schublade packen. Was mir oft dann eben auch Probleme bereitet hat, weil es in unserer Gesellschaft so ist. Auch das kann man dann annehmen. Und so ist es auch hier. Wir haben ein Konzept erschaffen, was uns das erklärt. Und dann wird das Label da drauf gepackt, Dualseele. Und dann wissen wir, woran wir sind und was wir damit zu tun haben. Leider ist es dann eben so, dass die wahren Dinge nicht erkannt werden und es eben um einen Weg geht, der dann leider sehr, sehr manipulativ ist. Und oft erkennt man erst am Ende des Weges, okay, eigentlich geht es ja um andere Dinge. Aber das ist dann letztendlich auch egal, weil das ist dann eben dein Weg gewesen, wenn du den eben so gehst. Nur deswegen ist es mir ja immer wichtig zu sagen, da gibt es viele Dinge, die einfach so nicht stimmig sind. Und es geht im Grunde um andere Dinge. Das ist zumindest meine ganz, ganz feste Überzeugung. Und wenn es eben so ist, dass dort alleine durch die Rahmenbedingungen keine Paarbeziehung möglich wäre, dann geht es eben darum, das anzuerkennen und zu sagen, okay, dann ist das so und dann schaue ich, was ich jetzt daraus zu lernen habe. Denn die Liebe ist ja dennoch da. Die Liebe hat ja auch nichts damit zu tun, in welcher Gestalt dieser Mensch oder diese Seele zu dir kommt und in welchem Alter sie ist. Das ist ja nur die körperliche Hülle, die natürlich eine große Rolle spielt, denn wir sind auch visuelle Wesen. Und natürlich ist das wichtig. Aber dennoch geht es um die Liebe. Und die kannst du entwickeln, beziehungsweise da kannst du an deinen Themen arbeiten, egal wie deine Dualseele zu dir kommt. Und deswegen bleibt eben nur dieser Weg, Akzeptanz und dann zu schauen, und was darf ich daran lernen. Denn du wirst unweigerlich auf deinen Weg gebracht. Du wirst unweigerlich mit deinen Themen konfrontiert werden durch diese Begegnung. Und diese Themen dann nicht wegzuschieben, sondern wirklich anzunehmen und eben auch zu schauen, okay, und warum ist das jetzt so, dass es eben in solch einer Form zu mir kommt, dass da diese tiefe Liebe und wahrscheinlich auch diese große Anziehung ist. Und dennoch ist es etwas, was unter Umständen eben nicht gelebt werden kann. Weil das ist ja etwas, was so viele von uns erleben auf diesem Weg. Was irgendwann vielleicht mal ist, ob irgendwann nochmal der Punkt kommt, an dem ihr als Paar zusammenkommen könnt, das sei mal dahingestellt. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht der Kern der Begegnung. Und das ist so wichtig zu verstehen, weswegen ich das auch immer und immer wieder sage. Denn da ist eben einer der großen Irrtümer, denen so viele aufsitzen, ich ja auch zu Beginn, dass ich dachte, ja, es geht darum, meine Themen zu heilen, um dann irgendwann mit diesem Menschen in eine Beziehung zu gehen. Und genau darum geht es eben nicht. Sondern es geht darum, deine Themen zu heilen, damit du frei wirst, damit du die Liebe im Kern erkennst, damit du dein Herz wieder öffnen kannst, damit diese ganzen Verletzungen und Wunden, die du erlebt hast, heilen dürfen. Und dann kann dich die Liebe finden, egal in welcher Form, ob es dann wirklich dieser Mensch ist oder ob es ein anderer Mensch ist, das ist dann egal. Aber dann wird die Liebe dich finden können. Aber erst dann. Und dafür ist es halt wichtig. Und deswegen ist es letztendlich auch egal, in welcher Form diese Seele zu dir kommt. Ja, das war mir einfach wichtig, dieses Thema nochmal etwas genauer zu beleuchten. Da ist, wie gesagt, ein Knackpunkt ist, der viele betrifft. Und da es natürlich auch erst mal zur Verwirrung führt. Und das ist auch völlig verständlich. Und wenn du auch Frage an mich hast, das muss gar nicht unbedingt zum Thema Dualseelen sein. Ja, das ist egal. Und du hast Lust, dass ich darüber ein Video mache, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Denn ich habe ja diese Rubrik, du fragst, ich antworte oder ihr fragt, ich antworte. Und ja, ich freue mich natürlich eben einfach, auch wenn ich Videoideen kriege und weiß, das sind Dinge, die euch eben wirklich interessieren, beziehungsweise wo dann eben auch wirklich der Bedarf besteht. Weil ansonsten kann ich natürlich immer nur von mir ausgehen und dem, was ich beobachte. Aber wenn ich konkrete Fragen habe, macht es mir das auch ein Stück weit leichter. Und ja, es hilft dir und anderen ja sicherlich auch einfach besser mit der Situation klarzukommen.